Das ist nochmal ein anderes Level. Ist das so? Wir gucken. Ist das dieses eine Million Ding? Gucken wir nochmal rein. Schauen wir mal, was hier so geht. Eine Million Pfund kostet das. Okay. Ist das auf jeden Fall in Deutschland? So viel steht schon mal fest? Mate, du bist nicht der erste sagen, dass ich immer so late bin. So, sorry für das. Es ist gut zu sehen, man. Es ist gut zu sehen, man. Es ist schon lange. Wenn war es das letzte Mal? 2020. 2020, ja. Es war die Covid-19 als auch. Just vor der Big Cough. Und du warst nur ein Baby, dann. Und du bist jetzt ein DTM Champion. Es ist crazy, right? Was ein Legend. Wie haben wir uns verändert, man. Wie haben wir uns verändert? Wir sind zurück zu wo du warst, zwei Jahre. Wir sind zurück zu dem BMW Motorsport Simulator. Ja. Für eine andere Fahrt, das letzte Mal war es der Klasse 1. Wo du warst drei Sekunden von mir, glaube ich. 1.5. Ich glaube, es war ein bisschen mehr. Ich glaube, es war 1.5. Du kannst noch eine Sekunde zu das. Ich will nicht mehr machen. Ich bin nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Ja, ich glaube, ich bin hier schon. Ja, ich bin hier schon. Ja, genau. Oh, look at das. Hier ist ein schönes Willkommen für dich. Oh, cool ist das. Was ist das? Ich habe das gemacht. Was ist das? Was ist das? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Das ist unsere neue Beauty, das war ich Ihnen vorhin. Das ist die große Idee. Das ist die große Idee. Das ist die neue LMDH. Das ist ein bisschen langer. Ich bin jetzt, ich bin, ich bin, ich bin. Und das ist drei Stunden später, ich bin jetzt noch unterwegs. Und ich habe jetzt zu den Rear-Wing. Der Freude ist sehr lang auf dem Fahrrad. Und wenn du es in die Low-Speed-Würfelder ist, wird das sehr lange Zeit machen. Es ist es weiter zu WEC nächstes Jahr, um, das Zeitpunkt jetzt ist es noch in Imsa. So, es ist noch in Amerika. Das ist irgendwie auch so ein modernes Ding geworden, ne? Also ich finde das cool. Das macht Azitec übrigens auch. Ich weiß nicht, wo es ist. Es ist gerade in der Backliste. Und dann ist es Zeit für mich zu kick your ass in der Big Sim. Du wirst. Ich bin ein Sim-Racer, ich bin. So, ladies and gentlemen, wir sind zurück. Wir sind zurück, super, 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 super high-tech BMW Motor Sport Simulator. Wir sind nicht die DTM-Schassie, die wir das letzte Mal haben. Das ist ein LMD-H-Schassie, ein properer Tub. Das ist das Ding, das in die Real-Car geht, aber es ist einfach, was wir hier anbietigst. Aber, of course, wir sind hier bei BMW. So, first things first. Brother! The real shame is, a lot of the time I just drive like this. Although it does look like a bathtub, it is a very, very serious bit of kit. We're going to go talk to Sheldon, learn a bit more about what we've got to do here today, what buttons do what, etc. Have him set a couple of lap times for us. Oh, what the fuck? How close we can get as the, I guess I have to say sort of semi-pro racing driver now, maybe? I've got a big old arse, man. I'm struggling to get in. So this is the wheel that we used last time. This is for the sort of class one DTM car. And the only two buttons that I really used, was this DRS and push to pass. However, of course, with the LMD-H, it's a bit more complicated. And Sheldon, what the hell are we looking at here, man? There's so much here, dude. So obviously the main difference on the steering wheel is you've got a screen on the steering wheel, which you don't have on that one. It's a bit more old school. We don't have any push to pass or DRS on this car, but you've got a lot more power through the hybrid system. And that's basically what you manage through all these mode settings. So for example, we would use mode 10 for qualifying. Mode 1 would be more like an energy saving mode. We've got TCX and Y normally, which is not on the steering wheel, but you can adjust lateral and longitudinal TC. We've got the Pritt Speed Limiter, we've got the Fulgus Yellow, we've got drink in the car, the radio. Yeah, these are pretty much all the standard stuff. TC off is just, in case there's like a bump on the exit of a corner, you don't want it to kick in. You click TC off and it deactivates the TC for like five seconds. Now that's out of the way, Sheldon's gonna get in the rig. And I just don't press anything. I don't even have TC on my steering wheel. Do you call it a rig? No, you can't call that a rig. What did they always say? It's not a game. It's not a game, exactly. It's not a game, it's a simulator. Sheldon's gonna play the game and go and set a sort of reference app for us. So we can have a look at it, look at the data, look at the footage, see what he's doing and then I'll get in and see if I can get anywhere near it. I'll say eight tenths and I'll buy you beer. At Oktoberfest. Yeah, alright, come on. Have it on camera. There you have it. Oh mate, I'm claustrophobic. It's very tight in here. Yeah, for a tall one. Haha. Ja gut, wenn man sonst immer nur einen Pampersbaum befährt die ganze Zeit, also BMW M4, kann das schon ziemlich eng sein, ja. A guy like me. Jimmy will be a bit better off, cause he's a bit shorter than me, you know. He won't beat that. I notice that you do not understand what track limits are. Yeah, that's true. I need to use every advantage I can have. It seems pretty spicy. Yeah, no, it's a good, it's honestly a very good car track combination. You're going to enjoy it. Time to beat so far is a 1.24.5. Now, for me, let's get the excuses out of the way, alright? I don't drive this car in real life, alright? I don't know what it's like. This session is just to get up to speed really and then try and familiarise myself with the car and how it works and all the different systems. Oh man, that's a hard brake pedal. Yep. Third gear's right for this corner. This is my first lap, alright? You can't touch with two things. Oh, the rumble as you go over. It feels like a real curve. So, I have no idea where to break it. I'm going to give it a shot. Oh, yeah. Oh, oh, oh. So, there you go. That was hitting the brake a bit too hard there. Haben they sich auch eine eigene Simulation gebaut? Gibt ja auch, oder? So, there's some impressions. The feedback's very decent. I'm definitely lost before I'm going on the circuit a bit at the moment. So, excuse me being a bit rubbing. Ah, wrong line. So, I'll get out here. This is a shell of mine. So, to the left, you have LEDs which indicate the locking of the front tires and the rear tires. So, if it's going up, then you're locking. Okay. First lap to 27-0, so. It's been a bit of seconds off shell. Oh man, the noise of it. You feel the bumps. Wow, this is so immersive. Jimmy, get off there, bro. The car feels nice though. It looks quite stable still. It's really crazy. It's twitchy on the turning. But I think that could be me. I think I'll go with it. And then we'll go with some data. There, there's still. We should make corner though. Uff. Oh yeah. Big chapter. Big chapter. Like a lot, I feel like. So you dial it back about 2-3%. It starts working a lot better. Okay. I can't wait, this video was done by BMW still turned out of it. Also that BMW still looked at it because of the blur of the blur and so. That's, I feel like, pretty top secret here. Aber es ist cool, dass die Möglichkeit besteht. Das ist toll, aber es ist toll. Ich bin so schön, dass ich mich so nahe mit Sheldon bin. Ich bin so schön, dass er sich in der Real-Life ist. Aber ich fühle mich, dass ich es wirklich so wie ein Sim-Racer würde. Das ist wie ein Maximum aus dem Rennen. Kein Rennen, ohne die Rennung oder die Rennung. Ich bin so schön, dass ich mich so nahe. Ich bin so sehr glücklich. Du hast mich noch einen Reference Lab gemacht. Du hast mich fast schon wieder als Rennen. Ich bin so ein Rookie. Was ist das eigentlich für eine Strecke? So we got some data from Sheldon's last run and my first run, was it 23.8 versus 24.6, so 8 temps, which is still within the beer range just, but obviously time to find, so we're going to see what we combine here. Where we lose all the time is on the exit. I think when you go there, that's a bit more than a boot camp. When you apply full throttle compared to Sheldon, it's a bit too fast into the corner and then you have to wait too long on the exit. Going flat early and then staying flat through the next corners because you're lifting here, which is also of course going up in the speed, so we have a speed delta of about 10kph in this place, which is a bit too much. We're still in the .8, which I'm happy with, means that Michelle knows me 40,000 beers per our agreement, but I do need to, I can go faster, I know I can, so I want to go get a lap that I'm happy with, and then we'll go from there. One more time to clutch and then the combustion sound is perfect. Mal gucken wie nah er jetzt rankommt. Wir haben hier einenre reaping lassen. Boah, das ist so geilлушай, alter! Na gut, ist aber auch halt eine Mille, die da steht, ne? Also ich denke, realer wird's nicht mehr. Wow. Es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Es ist gut. Es ist gut. Nee, der ist nicht bei Salone. Ah, wie nah ist er ran. Wow. Nice. Gigi. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wie alt ist Scheldon aktuell? Weiß das jemand? Das ist gut. Ja. Das ist gut. Dieser Tag. The best part of the day though. Definitely! I'm a factory driver now. I'm a factory driver. That's confirmed now. Der Ventilator? Was ist das, Alter? Da steht halt einfach so im Billo-Schmillo-Ventilator und das sieht aus wie ein Ikea-Tisch. Das macht die ganze Sache gerade richtig sympathisch. Wirklich, das macht die ganze Sache super sympathisch gerade. Einfach ein Ventilator und daneben steht das ist so geil. Der V8-Chassi ist wirklich das große, sehr sinnvolle SIEM-Rig das wir alle wollen, aber niemand kann achten, aber es ist sehr ähnlich als Sheldon im Endeffekt. Ich bin wirklich glücklich. Du kannst sagen, du bist schneller, Alter. Ich bin ein Team-Spieler. Ich muss sagen, ich bin wirklich impressed mit dir heute, man. Great job. Ja, vielleicht kannst du mein Job. Ich hoffe, mein Boss nicht in der Videobeschreibung. Otherwise, ich bin in Trouble für meine nächste Räste. Ich glaube, ich könnte zwei Räste in der Real-Cur. Wir sehen uns, Alter. Ich freue mich, dass du das hier. Ich freue mich. Hope you guys enjoy the video. If you did like, comment, subscribe and we'll see you next time. Goodbye! Das ist aber auch ein witziger Style. So eine, äh, so eine, wie soll ich sagen? Fancy Hose und... Und dann Calvin Klein-Unterwäsche? Was ist denn das für ein wilder Mix? Schön. Also, das kriegt man, äh, bekommt man für eine Million Pfund. Aha. Uff. Okay. Ich finde alleine die, äh, Leimwand so krass. Ja, also... Hm. Ja. Nachteil ist halt, äh, für das Teil nicht ins Wohnzimmer passt. Ja, du, kommt drauf an, wie groß dein Wohnzimmer ist, ne? Sag ich mal. Ist immer eine Frage äh, der Wohnzimmergröße. Job! Ja. Ja. Ja.